Ranked Battle Royale, erstes Game, Fortnite OG, unranked. Heilige Scheiße. Level 25 aber noch keinen Rank, das ist krass. Wenn ich die Runde gut spiele und sogar gewinne, dann sehe ich da dir. Wenn ich die Runde Early sterbe oder Midgame mit wenig Kills, dann wird das glaube ich so ein Platin-1-Ding. Die Frage ist nur, wo landen wir? Ich habe eigentlich schon Bock auf Early-Kills. Ich glaube, Lazy ist ein geiler Call. Komm, wir gehen Lazy. Das wird eine krasse Runde jetzt. Ich weiß noch nicht, was die Leute hier drauf haben. Mit was queue ich hier überhaupt? Ich spiele als Unranked. Dann spiele ich es dann auch mit Unranked? Nee, ich kann nicht nur mit Unranked spielen, oder? Irgendwas spiele ich hier gerade. Und warum kommt hier ein einziger mit? Hallo, das ist Lazy. Wir können 20 mitkommen, wenn es ist. Junge, was sind das für Gegner hier? Bro, was macht er? Okay. Habe ich jetzt nicht so verstanden, aber ist in Ordnung. Habe ich nicht so ganz gecheckt, was der jetzt von mir wollte. So, beruhig dich mal ganz kurz ein bisschen. Lass mich kurz ein Biggie durchpoppen. Oh, das ist ein Lux-Skin, das ist ein OG-Spieler. Nein. Geil. Ist Lux-OG? Ich würde schon sagen, Lux ist OG, oder? Wann hat man den bekommen im Battle Pass? Chapter 1, Season 5 oder so? Kommt das hin? So, wir holen uns ein geiles Auto. Wir haben auch einigermaßen gut Metz. Also, wir können eigentlich ein paar Kills hunten gehen. Ach, wisst ihr, was holen wir uns jetzt in der Drop? So, wir holen uns jetzt eine richtig geile, goldene Tech aus dem Meer-Drop raus. Und dann bin ich unzerstörbar. Ich habe so Bock auf was Geiles. Oh. Oh, ich habe es gecallt. Aber. Ja, geil, geil, geil. Und der Diegel auch nochmal. Jetzt mal. Er droppt halt schon. Ja, aber jetzt habe ich ein Problem, Freunde. Ich habe zu viel Loot. Okay, ich mache das Rift weg. Ich lasse den Piggy liegen. Ja, schön. Er ist mal auf der Seite. Oh, wisst ihr, was ich jetzt mache? Oh mein Gott. Das wird so dreckig jetzt. Oder habe ich Bock drauf? Achtung. 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 Eine Rockets mehr. Wie viel Schild hat der? Habe ich verdrückt? Oh mein Gott. Falsch Hortki. Ich bin so kacke in dem Spiel. Wir müssen in Zone rein. Ich sterbe sonst. Oh mein Gott. Dieser Kack-Hortki. Ah. Oh mein Gott. Der ist an Zone gestorben. Und ich kann hier nicht looten gehen. Oh nein. Ich brauche Green Knife ganz schnell. Es kracht gewaltig an allen Ecken. Was man Lagerfeuer boosten kann, fühle ich schon wieder. Wir müssen noch mit rein. Oh mein Gott. Aim. Kann ich editen. Weil er da drin sitzt. Er hat einen God-Pink schon wieder. Was? Ein HP. Ein HP. Oh mein Gott. Habe ich da ein Fenster rechts, wo ich reinpicken kann? Nee. Halt's Maul. Wer spielt denn so? Gott, das wird ja komplett. Wer spielt denn mit Fallen? Dann hat er ihn durchbekommen. Ey, wirklich. Ich könnte weinen. Oh mein Gott. Puh. Ich habe vergessen, dass es Traps gibt. Ich habe nur Turniere bisher gespielt. Da gibt es halt solche Sachen nicht. Heiliger Bumper, Junge. Die Treppe hätte auch ganz anders aussehen können, wenn ich weniger HP gehabt hätte. Junge, er baut die Treppe unter mir. Wäre ich jetzt gestorben. Ich wäre so unglaublich sauer, ne? Oh. Puh. Okay. Einer weniger. Wer nervt hier? Wer will ein paar Rockets ins Gesicht? Ich habe nämlich noch ein paar. Im Sonderangebot sogar. Guck mal hier. Okay. 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 Guck mal hier. Oh. 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 Achtung. Achtung. Da ist jemand low. Lass da eine Wand sein hier. Ey, manche muss man auch einfach so spielen, wie die mal alles spielen. Gucken wir uns an der Stelle auch ein bisschen light für ihn, aber... Geile erste Runde. Erste Ranked Runde in der neuen Season. Instant gewonnen. Mit... Ja, neun Kills ist in Ordnung, oder? Neun Kills nehmen wir mit. Was sind neun Kills in der Einranked Runde für ein Rank? Gibt mir irgendwas geiles. Ich will gar nicht zu hoch eingerankt werden eigentlich. Platin 1? Okay. Nehme ich aber wirklich mit. Platin 1 nehme ich mit. Das ist easy. Dann sind die Gegner noch easy. Geil. So. Runde 2. Wir gehen für den Back-to-Back-Win. Und wir gehen nach Salty. Gehe ich blau rein. Ich gehe blau rein. Ich habe Bock. Oho. Ich liebe Diegel. Ich liebe Diegel. Wir müssen da rein. Oh, er hat ihn. Nein. Ich bin zu spät. Er hat einen Grappler. Natürlich hat er einen Grappler wieder. Ich bin zu ganz auf den. Dabei ist er wirklich ein Rift. Scheiß drauf. Er ist 14 White und haut ab. 50 Mad-Kid hier oben. Ja. Haha. 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 Outsmarted. Man, das wäre so geil, wenn man HP bekommen würde für Kills. Das würde die Sache nochmal so viel cooler machen. Okay. Weg mit dir. So. Zwei Rifts. Sind schon besser als ein Grappler, oder? So. Ah. Aha. Da komme ich doch gleich mal vorbei, Kollege. Tag. Rot-Ping. Moinsen, guten Morgen. Auch mal kurz aufwachen. Wer spielt Farmers. Digga, alles für das Try schon wieder. Der Busch ist so nervig. Wohin? Wohin, 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 wohin? Hier unten spielt die Musik. Ja, aber doch nicht. Er will einfach noch einlaufen, der Psychopath. Ich mag solche Menschen komplett. Ich mag solche Menschen, weil die sind nämlich einfach zu lesen. Warte mal. Das sind schon zu viele hier. Das sind für real zu viele. Meine Maus ist kaputt. Mein Edit geht manchmal nicht durch. Oh mein Gott, er wollte so wegriften. Du bleibst hier bei mir. Du bleibst hier bei mir. Halt small. Voll Damage. Oh, ich bin so smart. Ich bin so unglaublich smart. Wow. Wow, wow, wow. Da will ich jetzt... Nein, nein, nein. Da will ich jetzt ein GG-Skuss in Chat. Ich bin so schlau. Extra Voll Damage genommen, dass mein Ding weg ist. Wow, 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 wow. 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 Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann mir jemand erklären, wieso ich Mini-poppen kann, wenn ich 50 Schild hab? Schau mal. Ich kann Mini-poppen. Wird mir jetzt ein Mini abgezogen und ich bekomme nix dazu? Ja, oder? Wahrscheinlich schon. Ich will es gerade irgendwie testen. Ja, okay. Sehr gut. Ein Mini weniger. Cool. Dankeschön. Du musst los sein, oder? Oh. Ähm. Gut. Ich habe mir die Frage selber beantwortet. Das ist ein Problem. Boah, wer spielt denn so eine Waffe? Mann, Digga, wer spielt denn so eine Waffe? Jamali, bist du komplett geisteskrank. Wer spielt denn eine Golden Farmers? Oh mein Gott. Ich dachte, ich kann vielleicht einen geilen Pump geben, wenn er gerade auf den Edit geht. Bro, ich habe ein Double, ein Triple Hedge oder so kassiert. Oh mein Gott. Das war so eine geile Runde eigentlich. Aber. Uprank. Und. Trommelwirbel. Ja, fast ein Double Uprank. Guck dir das an. Guck dir das an. Noch eine Runde, wir sind Platin 3. Noch eine Runde, wir sind Tier 1. Sag, Junge, gib mir fünf Runden. Ich bin hier Champion oben. Genau so viel Spaß habe ich auch den ganzen Tag, wie du hast. Der ist richtig geil, wirklich. Ich bin hier. Wer ist denn jetzt wieder für Monkey? Ich habe zwei Wände. Eine Wand nur noch. Wichtiger Refresh. Wichtige Pump. Wichtige Deagle. Und wir haben wieder Cap-Mads. Oh, falscher Hotkey. Was macht denn der? Der ist geküsst, wie guckt denn der nur ein bisschen blöd rüber? Okay, wir machen so, 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 so. Das passt. Aim. Sollen wir was Verrücktes versuchen? Aim. Mach das Verrückte schon, was soll ich gerade machen? Okay, 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 okay. So schlecht war die Pump eigentlich gar nicht. Damage-Vorteil, Damage-Vorteil müssen wir ausnutzen. Fünfziger Damage ist wichtig. Nein, war schon längst gebaut. Ich habe schon längst gebaut gehabt. Oh. 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 Ähm. Kein Problem. Kein Problem. Die Zone kommt. Das ist mein Problem gerade. Monster-Gang-Spieler nicht. Okay, ein Piggy zumindest noch. Wenn wieder 150 AP ist, ist in Ordnung. Aber ich habe trotzdem das Problem. Obwohl, ich habe gar kein Problem. Hier haben wir ein Problem da hinten. Zwei sind da hinten. Mir fehlt einer. Wo ist der? Okay, die umfighten. Okay, so, Top 3. Ich bin mal schlau zu spielen und vielleicht in Zone hier oben eine Base zu bauen. Wir müssen doch nicht immer dumm fighten. Wir haben ja schon gute Kills. Wir können ja auch ein bisschen chillen. Vergessen, was ich gesagt habe? Es gibt kein Chillen. Es gibt nur Fighten in Fortnite. Top 2. Und wir haben endlich einen Spaß. Hi, 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 hi. Jetzt wird es geil. Ich kann wieder die Waffen switchen. Nice. Geiler Bug Fortnite. Hallo. Wo geht die Reise hin, Kollege? Geil. Non-win. Aber jetzt brauchen wir nicht reden. Die sind jetzt nicht so schmackotastisch. Aber pass. So. Gib mir Uprank. Ich bin fast ein Double Uprank. Was? Junge. Ich bin fast die 1. Geil. Tschüss. Cool. Geil. Bam. rokimi. Yestern.